Ladies and Gentlemen, ich bin Sproke und es geht weiter mit Skyrim. Die Vorfahren, oha, okay, die Vorfahren sind tot, ich hoffe, ich hoffe, oha, was da, da war ich ja gar nicht. Wieso finde ich nie etwas Gutes, immer so schlechte Sachen, wieso? Aha, das sieht sehr lebendig aus. Bist du lebendig? Bist du lebendig, habe ich gefragt. Lebendiger geht es nicht. Ja, okay, oha. Aha, okay, ich dachte schon, dass ich alleine, wenn ich den mal treffen würde. Meine Rüstung sieht echt scheiße aus, ey. Wirklich. Kein Wunder, dass ich sterbe. Danke, Solidus, danke. Gute Besserung, Aluvra, ich dachte, du machst Spaß. Hast du eine Tag oder? Nein, nein, Spaß. So, jetzt. Einer gegen drei, das ist immer gut. Stirb. So, Halleluja. Was haben wir? Met. Oha, Metfass. Was ist das? Was ist das? Ah, sein Schädel. Noch nie gesehen. Geil. Wow. Wow, die ist gut. Warum so schlecht? Ja, weil es nicht verzaubert ist. Guck, zeig dich mal. Oha. Ich sehe schon brutal aus. Brutal. Okay. Dann. Deine Vorfahren. Die müssen wir alle töten. Ich mache das nicht gerne, aber... Er will ja unbedingt. Er bezahlt uns. Ich darf ja da etwas übersehen. Ah, genau. Kerzenschrank. Wie was habe ich das... Überhaupt. Für solche Fälle. Das sieht aber sehr merkwürdig aus. Oh, Unterwäsche. Wir haben keine Zeit für solche Sachen. Was ist da unten? Soll ich runter oder soll ich links? Hä? Guck mal. Warte mal. Murug, warte. Warte. Ich bin gleich bei dir. Ah, nein. Wir können ja nicht. Wow. Ich bin ja alles zurückgekommen. Ja. Wenn man Angst hat, macht man Sachen, wo man gar nicht will. Treffen kann ich nicht. Noch nie. Das war noch nie meine Stärke. Hilfe. Oha. Oha. Jetzt kommt... Der Ruheloser. Ja, muss weniger nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss den... Atro rufen, sonst... Sonst gibt es keine Zukunft. Tschüss, wie viel Leben er hat. Scheiße. Alleine, ey. Ich hätte geweint. Alleine. Zu dritt weine ich sogar. Die Tränen sind schon bereit. Golfi, komm, gib alles. Das schon alles. Ja. Come on, Magie. Eigentlich sollte ich zuerst nach Winterfeste gehen. Aber weil ich ja, wie immer, nicht normal bin. Und immer das Unmögliche schaffen will. Gehen wir nach... Ähm... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber... Richtung Osten. Nach Russland. Nein, Ukraine. Nein, wir wollen ja zuerst Vampir werden. Ich meine, Winterfeste... Ist eigentlich wichtiger. Aber naja. Ich will das in den nächsten... 30 Parts aufnehmen können. Boah. Ja, also wenn wir sowieso so weitermachen. Das Spiel wird... Part 300 vielleicht ziehen. Ich meine... Jeder Gegner braucht 15 Minuten. Ja, ich denke... Nächstes Jahr... Nein, nein. Also bis... Spätestens... Aller, aller spätestens... Muss ich das Spiel... Durchgespielt haben, wenn... Nio rauskommt. Nio. Oh, Aluvra. Danke für den Host. Danke schön. Danke, danke. Ja, Aluvra und Hermos, so Ivan70 streamen auch. Schaut bei ihnen auch vorbei. Sind auch Schweizer. Und... Sagt einen lieben Gruß natürlich. Und... Ja. Schaut bei ihnen auch vorbei. Coole Leute sind das. Ich bekomme Geld deswegen. Nein, nein, kein Geld. So... Dietrich. So... Also ich muss ehrlich sagen... Ich gucke... Oh, Schwarzer Seelenstein. Ich gucke nicht... Ich gucke nicht so viele Streamer, ja. Aber... Aluvra und... Ivan70, also... Also Ivan kenne ich jetzt seit kurzem. Schaue ich wirklich gerne bei ihm. Und... Aluvra kenne ich länger. Bei ihm auch. Also... Und sonst... Ich bin halt jemand... Ich... Es ist selten, dass ich jetzt bei jemand zuschaue. Wenn ich ehrlich bin. So... Oha, wohin? Johnny, wohin? Aha, da. Oha, Köpfe. Was ist los? Überall Köpfe. Noch nie gesehen. Ja, wo Beine sind, sind auch Köpfe. Normal. Aber die haben schöne Köpfe. So rund. Und... Aha. Ja, ich muss auch einmal alles mitnehmen. Ich habe Traglast 2300 jetzt. Habe ich mit Konsole erhöht. Ja, ich habe keine Lust auf... Also ich hätte kein... Doch, ich hätte Probleme. Doch, doch. Traglast ist schon... Ist schon hässlich sonst. Die ganze Zeit zurück... Zurück... Verkaufen. Boah. Oh shit. Ja, die ganze Zeit die Sachen verkaufen und so. Ist nicht so lustig. Dauert zu lange. Jedes Mal zurück zu gehen. Acht Stunden? Das Spiel fängt doch erst dann an. Oh. So. Wow. Den letzten Treffer habe ich gemacht. Die Vogelspinne. Was ist da? Kann ich das kaputt machen? Hä? 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 Also ich... Ich hätte jetzt gedacht, dass man da... Oh! Was ist das? Etwas Gutes. Oh, gut. Kann man das kaputt machen? Ich glaube nicht. Nein. Okay. So. Was ist da noch? Überraschung. Überraschung. Was ist das? Da draufschlagen? Nein. Da auch nichts. Vielleicht ist ja was versteckt. Wer weiß. Oder doch nicht. Und jetzt? Wie komme ich da runter? Muss ich da runter? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Ja. Also würde mich wundern nehmen, wenn wir mal etwas finden, was auch was wert ist. Aber die Zeiten kommen auch. Hoffentlich. Oh! Die ist geil. Aber... Meine Waffe ist glaube ich jetzt stärker, ne? Ja, weil ich es auch verbessert habe. Das bestimmt deswegen. Oh nein. Ein Rätsel. Ah, leer. Und ich drücke trotzdem. Oh Gott. Oh Gott. 10.000 Goldmünzen. Ich habe... Wollte gar nicht wissen. Wenig. Weniger als wenig. Wirklich. Zu wenig. Ich habe 159. Scheiße. Okay. Steinhaut. Ah. Auch benutzen. So. Kommt alle. Ah, die haben nicht so viel Leben. Endlich. Können wir ein bisschen genießen. Ja. Er macht immer Penner. Oh Gott. Ah, ha. Guck den Leben an. Ah, ja, 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 ja. Oha. Oh Gott. Oh Gott. Junge, die haben so viel Leben. Wieso macht er immer einen Schnitt nach hinten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauche den Atronachen nochmal. Scheiße. Mal gucken, wie lange. Wie lange brauche ich für den? Sollte nicht lange dauern eigentlich. Komm, komm. So, jetzt. Nein. Geh weg. Voila. Voila. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, 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 scheiße. Wie kann man eigentlich beschwören? Hab das noch gar nicht. Echt? Also du musst das Buch lesen. Hier einfach mal den... Einfach mal, ja, wenn du das Buch hast dazu und dann Magie und dann Beschwörung und dann kannst du das aktivieren. Echt? Hast du das nicht gewusst? Ey, das ist wichtig. Wieso ist das wichtig? 62, 64, okay. Weil das... Erleichtert dir das Leben. Definitiv. Guck mal. Null Seelen. Gott, oh Gott. Oh, scheiße. Zurück. Wir müssen zurück. Also Beschwörung ist so wichtig in diesem Spiel. Oh, also... Ohne Beschwörung... Nie würde ich das schaffen. Nie. Aha. Oh nein, der steht auch auf. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich dachte, er ist tot. Oha. Zurück, 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 zurück. Oh nein. Oh nein. Wieso, wieso? Wieso habe ich diese Mission angenommen? Kann ich die erwarten? Eine Stunde? Heidi. Die erwarten? Ja. Endlich. So, jetzt gibt es Kebab. Steinhaut. So. Speichern. Komm. Oha. Siehst du? Ohne Beschwörung hätte ich keine Chance. Keine Chance. Wirklich. Oha, er ist schon tot. Oha. Was ist das? Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, wir sind knapp. Nee, nee. Das ist wirklich. Es sieht gut aus. Ja, das kann ich auch. Oh, shit. Morug, morug. Mach, mach. Wieso? Wieso schreist du nicht? Ich habe dreimal gedrückt. Hallo, Vertox. Hallo. Hallo. Danke, Raph. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wenn wir mal gut vorankommen. Uff, 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 uff. Zurück. Wenn wir mal gut vorankommen, dann macht es sicher Spaß. Aber... Ei. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Okay. Okay, alles gut. Oha. Muss ich da? Nein. Nein, 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 nein. Nichts, nichts, nichts. Ich habe laut gedacht. Nichts. Scheiße. Wieso kann ich nicht eine Stunde warten? Oh, den habe ich ja... Übersehen. Okay. So. Steinhalt vielleicht zuerst mal. Okay. Ey, wieso ist er nicht hochgekommen? Aha, da ist er. Er hat auf mich gewartet. Oh mein Gott. Ey, er hat das... Verbraucht das so viel? Steinhalt? Das ist so amateurhaft. Das ist jetzt so amateurhaft. So etwas. Scheiße. Oh nein. Er ist schon da. Gott. Geh weg. Wolfi, hilf. Das war schon alles. Wirklich? So. Oha. Oha. Ich kam... Ich komme nicht hier raus. Oh mein Gott. Er gibt... Er gibt... Was gibst du, Morug? Was gibst du? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Was ist das, ey? So ein Knochen hat so viel... Leben und so viel Stärke. Aha. Der Bulliger Dröglär. Ja, wie man sieht, ohne Beschwörung ist man am Arsch. Definitiv. Definitiv. So. Shit. Oha. Okay. Scheiße, so viel. Ich habe echt wenig Magie. Ich habe wenig Leben. Oha. Oha. Das war jetzt... So knapp. Knapper geht es nicht. Heilt er sich? Bisschen schon, ne? Okay. Ja komm, er... Der braucht doch nur noch ein, zwei Treffer und dann ist er tot. Ist doch... einfach jetzt. War es dich versteckt? Oha. Wo ist er hin? Aha. Aha. Guck mal, was ich jetzt gesehen habe. Oh mein Gott. Ich hätte das jetzt... Übersehen. Geil. Oh mein Gott. Ich hätte das jetzt voll übersehen. Tschüss. Wirklich Tschüss. Aha. Jetzt. Jetzt. Bin ich da. Wo bist du, Muruk? Oh mein Gott, ist er. Hast dich versteckt, hä? Guck, 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 guck. Er rinnt weg. Wo rinnst du weg? Hä? Alter. Stirb mal. Er rinnt weg. Oha. Oha. So. Wow. Halleluja. War das schon alles? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Definitiv. Oh mein Gott, er kämpft gegen den Fürsten. Du bist der Beste. Scheiße. Scheiße. Schock, Schock, Schock. Ich hab das vergessen. Was war da? Ich hab das vergessen, ehrlich gesagt. Bist du auf? Gib ihm zwei Treffer. Hä? Du? Ich brauch ein Energy. Bist du nicht stark? Ist er nicht schwach? Nein. Stark. Aha. Aha. Ein Schluck. So. Jetzt oder nie. Blair. Du bist tot. Deine Zeit ist gekommen. Steinhaut. Marmorstein und Steinhaus. So. Jetzt. Hab ich schon gespeichert? Guck mal, wie viel Leben hat er. Dieser Fürst. Dieser Wurscht. Rücksicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du Würst. Oh Gott. Was ist mit dem Atronaren? Ist er weg? Was ist das für ein Penner? Ja. Das. Das ist aber unglaublich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Zaubertrank. Ja. Jetzt brauch ich. Genau. Jetzt brauch ich. Was brauch ich jetzt? Genau. Jetzt brauch ich Magie. Und. Hab ich. Nein. Wirklich. Das. Un-Incredible. Mach mal die Tür zu. Mach zu. Ah. Hast du nicht da. Oha. So jetzt. Oha. Kaum bin ich da rein. Tritt er mich. Wirklich. Ich bekomme Bauchschmerzen. Jetzt schon. Was ist mit dem Atronaren? Er ist tot. Oh mein Gott. Oh nein. Es gibt keine Zukunft. Er ist zu mächtig. Irgendwie. dieser Sauhund. Dieser Sauhund. Guck mal wie langsam Magie sich auffüllt. Und Schrei. Bringt auch nichts. Ja. Dann. Renne. Oha. Dann renne. So. Schnell es geht. Komm. Ich glaube der braucht auch ein Treffer. Jetzt müsst ihr schauen. Wie lange er überlebt. Aha. Oha. So. Ja. Wow. Er ist tot. Ja. Was soll ich da. Was soll ich tun? Oh Gott. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Anders geht es ja nicht. Aha. Geh weg. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Alter. Der rennt ja richtig. Er kennt sich aus. Er weiß. Oha. 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 Schnell. Heil dich. Hey Golfi. Komm mal. Penner. Oh. Shit. Hey. Habe ich einen Punkt oder so? Talentpunkt. Ah. Ein Stück. Schwere Rüstung. 58. Moruk. Es kommt nicht auf 60. Weil ich immer so schnell sterbe. Bei. Guck mal. 60. Ja. Das ist. Das ist wirklich tragisch. Schießkunst. Nein. Nein. Das will ich nicht mehr verbessern. Also jetzt nicht. Vielleicht später. Redekunst. Was haben wir da? Nein. Nicht das. Das. Durch das beidhändige Wirken eines Beschwörungszaubers hält dieser länger an. Ja. Wenn er stirbt sofort. Das ist dann. Wie hält das dann länger? Bei 30. Bei 30 erhöht sich das. Okay. Also 30. Ich meine. Kann ich. Hat er mehr Leben? Kann ich. Kann ich mehr Leben? Oha. Oha. War ich da schon? Nein. Ich war da schon. Hilfe. 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 Okay. Wenn man etwas 40 mal sagt. Wenn man etwas 40 mal sagt. Dann überlebt man das. Habe ich mal gelesen. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Wieso bin ich so geizig? Wieso bin ich so geizig? Ein Stück genügt. Ein Stück genügt. Zwei ist zu viel. Übertreib es nicht. So. Oha. So jetzt. Moruk. Jetzt habe ich genug von dir. Oha. 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 Okay. 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 Warte. Ich habe so viel Leben noch gehabt. Ich glaube es nicht. Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh. Okay. Ich habe es überlebt. Scheiße. Scheiße. Alter. Das ist. Das ist wirklich. Das Spiel ist zu brutal. Das Spiel ist zu brutal. Das Spiel ist zu brutal, Leute. Definitiv. Magie. Heilung. das Spiel. Das macht er. Oha. Oha. Oho. 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 Genau, jetzt aber, jetzt heißt du geschissen. Ja, laufen kann er nicht. Die Zeit verlängsamt sich ein bisschen, das ist gut. Morug, ich habe volles Leben und er stirbt, was soll ich sagen? Bis dann, Bruder, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, so Schießkunst, ja, das muss ich verbessern, wie es aussieht, oh Gott, also diesen Sauhund will ich töten jetzt noch, in diesem Part, oh mein Gott, wer bist du jetzt, oh mein Gott, da sind neue Gegner, oder was, kann das sein, das kann nicht sein, oder, das ist sogar so, nicht das kann nicht sein, das ist so, super, freut mich. Scheiße, oh mein Gott, ich bin, ich habe Riesenfehler gemacht, indem ich da runtergekommen bin, ich habe Riesenfehler gemacht, schon da, dass ich da runtergekommen bin, das ist schon mal falsch gewesen, ja, definitiv, was ist da, was haben wir da noch, du kannst doppelt so viele Pfeil, okay, nicht runtergehen, das ist jetzt das Wichtigste, und du, Penner, mach mal Platz da, oh mein Gott, so, jetzt kann ich mal speichern hier, bevor wir abkratzen, so, ist ja nicht schwer, ne, zum abkratzen, in diesem Spiel, so, so kann ich den töten eigentlich, oh. Ey, wie, mach ich Schaden, oder? Oh. Junge, 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 Junge. So. So. Naja, ich muss ja wieder ein bisschen rein kommen. Oha, oha. So. Nein. Oh, shit, oh shit, oh shit. Aha, da. Übertreibe es Kämpf du, kämpf du Der hat kein Leben mehr Das ist gewesen mit ihm Ah ja genau Ich hab ja Genau Hab ich noch mehr, nein Warten wir Was für ein Kampf Kenner Wie viel Leben er hat Geh doch nochmal zurück Oh shit Oh mein Gott Nicht getroffen Oh nein Oh das war knapp Oh mein Gott Das war knapp Leute, Leute Das ist so hässlich Dieser Gegner Ja übertreib doch So 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 Endlich hat er Der Golf Hat bisschen Leben Halleluja So Don't panic Turkish Technology Das schaffen wir Das schaffen wir Hallo Hallo Mini Styler Hallo Willkommen Wie lange hast du schon aufgenommen 37 Minuten Noch 2 Minuten Mach ich Ja Damit wir den wenigstens Zilten könnten Oh Gott Ich komme zu dir Du Fürst Du Würst Würstchen Du Oha Oha Hätte der Penner bisschen Leben Der Kollege da Der müchtige ein Tor Dann wäre es kein Problem Blöd Oha Oh jetzt Es kann nur einen geben Glaube ich Oh Gott Zurück I like the Move it Move it Ja like the Move it Dun 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 Oh Kopiere Gut Oh 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 Like this Oder dislike this Wir sehen uns im nächsten Part Bis zum nächsten Mal